Spritwucher. ADAC belegt systematische Abzocke. Vater Staat kassiert fleißig mit. München. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub e.V. ADAC hat nun das bestätigt, was die meisten Autofahrer seit Jahren vermuten. Wir werden systematisch abgezockt. Eine einwöchige Untersuchung an 33 unterschiedlichen Tankstellen hat nun ergeben, dass hinter den deftigen Preisschwankungen ein klar erkennbares Muster zur Abzocke der Autofahrer steht. Dabei ist der Spritpreis morgens deutlich höher als abends. Über Nacht werden massive Preisaufschläge vorgenommen. Ziel dieser Preisstrategie sind offenbar die Berufstätigen, die in der Regel ihre Fahrzeuge morgens betanken. Hier ist ganz besonders auffällig, dass der Diesel gegenüber dem Benzinpreis deutlicheren Preisschwankungen unterworfen ist. Er fällt im Laufe des Tages stärker. So liegt die tägliche Preisdifferenz des Diesels im Durchschnitt bei 3,3 Cent, hingegen die des E10-Kraftstoffes bei nur 2,6 Cent. Der ADAC kritisiert hierbei die Politik der Mineralölkonzerne. Vergessen wird dabei aber auch, dass bei jeder Spritpreiserhöhung Vater Staat fleißig mit abkassiert. So gehen pro Liter E10 und Benzin ca. 55% des Gesamtpreises in die staatlichen Kassen. Beim Diesel sind es immerhin noch 46%. Tankt man 50 Liter Benzin zum Preis von 1,68 pro Liter, bezahlt man schlappe 84,45 Euro. Davon gehen dann 46,39 Euro zum Fiskus. Insgesamt ist der Spritpreis in Deutschland mehrfach versteuert. Nicht nur die Mehrwert- und Energiesteuer, sondern auch der Beitrag an den Erdölbevorratungsverband, EBV, machen bereits 46% des Spritpreises aus. Hinzu kommt die von Rot-Grün eingeführte Ökosteuer von knapp 10%. Sie wurde erstmalig von der SPD-Bundesregierung Gerhard Schröders erhoben und seitdem, trotz medienwirksamer Kampagne der CDU, weg mit der K.O.-Steuer, von den nachfolgenden Merkel-Regierungen beibehalten.